Augenlicht verloren Beim Rüder Cup wird eine Zuschauerin von einem Golfball am Kopf getroffen, mit schrecklichen gesundheitlichen Folgen. Die Verletzte will rechtlich gegen die Veranstalter vorgehen. Der Rüder Cup wird ein juristisches Nachspiel haben. Die 49-jährige Corine Remande, die am ersten Tag nach einem missglückten Abschlag des US-Open-Siegers Brogues Köpker vom Ball im Gesicht getroffen wurde, will den Veranstalter auf Schadenersatz und Kostenübernahme verklagen. Remande ist seit dem Zwischenfall auf dem rechten Auge blind. Natürlich hatten die Veranstalter in dieser Situation eine Verantwortung, der sie nicht nachgekommen sind, sagte die Geschädigte, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Raffel als Zuschauerin angereist war. Nach Köpkers Missglück dem Abschlag sei absehbar gewesen, dass der Ball mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Zuschauer flog. Da hätte es eine Warnung durch die Ordner geben müssen, sagte Remande der Nachrichtenagentur AFP. Remande war bei dem Zwischenfall blutend zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 28-jährige Köpker hatte sich an Ort und Stelle bei ihr entschuldigt, er habe sehr betroffen gewirkt, sagte Remande, ich bin nicht wütend auf ihn, ich habe sogar versucht, positiv an ihn zu denken, damit er nicht seine Konzentration verliert. Von den Veranstaltern habe sie seither nichts mehr gehört. Ich will nur sicher gehen, dass sie für alle medizinischen Kosten aufkommen, weil ich nicht weiß, welche Behandlungen in Zukunft noch nötig sein werden, sagte Remande. Sie wird am Dienstag einen Anwalt in Laien aufsuchen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Gibt es die beiden Beschwingungen auchanl actualen Leserdebatten